Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Ich melde mich nach einer Woche Pause wieder zurück. Ich war in der letzten Woche im Urlaub im sonnigen Ostfriesland, hab mir noch mal ein bisschen Farbe geholt, gerade noch rechtzeitig, denn jetzt wird's herbstlich draußen und es ist auch hier schon sehr viel kühler geworden, die letzten Tage bei euch sicherlich auch. Ja, jetzt kommt wieder die gemütliche Zeit, wo man ein bisschen mehr zu Hause verbringen kann, weil wir das ja dieses Jahr noch nicht genug hatten. Ja, wir blicken zurück auf die vergangene Woche. Da gab es ganz, ganz viele News rund um das Thema Xbox. Wir sprechen ein bisschen über Skype und dann hatten wir noch die Microsoft Ignite Konferenz, von der es auch so einige Neuigkeiten gab. Einsteigen wollen wir mit dem Thema Xbox. Da war diese Woche wahnsinnig viel los. Die Woche begann natürlich mit einem riesen Paukenschlag. Microsoft hat die Zenimax Media übernommen, besser bekannt als Bethesda, also das ist der Mutterkonzern von dem Spielepublisher. Bethesda 7,5 Milliarden Dollar haben sie dafür auf den Tisch gelegt und haben dafür schon Spieleklassiker wie Doom, Fallout, Wolfenstein und einige andere jetzt in ihrem Portfolio. Es gab auch die erste quasi fast schon direkte Auswirkung, nämlich ab dem 1. Oktober wird das neueste Doom dann im Xbox Game Pass zu haben sein. Ja, eine ziemlich schwergewichtige Übernahme, die Microsoft da an Land gezogen hat. Es soll nicht die letzte gewesen sein, das haben sie schon angekündigt. Und ja, im Grunde geht es darum, den Xbox Game Pass mit immer mehr Titeln zu unterfüttern, denn das ist da, wo Microsoft in Zukunft natürlich auch das Geld verdienen möchte. Auch mit Streaming und anderen Dingen, die da dazugehören. Die Xbox selbst als Konsole wird natürlich ein wichtiger Bestandteil bleiben, aber sie ist halt eben nur ein Standbein der künftigen Gaming-Strategie. Und mit den Xbox-Konsolen ging es dann auch am Dienstag nahtlos weiter sozusagen. Die Vorbestellung für die Xbox Series X und Series S ist gestartet und ja, wie es fast nicht anders zu erwarten war, waren die Bestände zumindest für die Series X auch innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Das ging sogar so weit, dass einige Vorbesteller jetzt von Händlern schon sozusagen eine Warnung erhalten haben, dass sie möglicherweise doch nicht bedient werden zum Verkaufsstart am 10. November. Das ist halt einfach so, die Händler kalkulieren natürlich immer auch so ein bisschen Stornoquote mit ein. Denn, ihr kennt das selbst, vielleicht habt ihr es auch selber so gemacht, man bestellt bei mehreren Händlern mal vor, damit man überall seinen Glock drin hat und dann storniert man eben bei denen, wo man dann halt doch nicht kaufen möchte. Und dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der jetzt vorbestellt und der sich es aber dann doch anders überlegt und vielleicht doch erstmal keine neue Konsole kaufen möchte. Und ja, das kalkulieren die Online-Händler ein und verkaufen deswegen mehr, als sie eigentlich haben. Und wenn dann niemand storniert, ja, dann wird es tatsächlich dazu kommen, dass ein paar Leute, obwohl sie rechtzeitig bestellt haben, ihre Konsole halt eben nicht am 10. November bekommen. Das verlangen Gesichter, Sorgen und für ein bisschen Ärger. Hoffen wir mal, dass es da nur ganz wenig Betroffene oder am besten gar keine gibt. Dann gab es noch eine Neuigkeit in dieser Woche, nämlich eine neue Xbox-App für Android und für iOS soll sie auch in Kürze kommen. Sie ist von Grund auf neu gestaltet, also neues Design und so, sieht schöner aus, ist auch performanter und so. Was aber das eigentliche Highlight in dieser App ist, ist, dass das Konsolen-Streaming von der Xbox eingeführt wird. Das kannten wir aus der Vergangenheit schon, nur war es da eben auf das Heimnetzwerk beschränkt. Zukünftig ist es quasi so, dass eure Xbox euer persönlicher Game-Cloud-Server ist. Das heißt, egal wo auf der Welt ihr euch aufhaltet, über die Xbox-App für Android und später auch iOS könnt ihr auf eure heimische Konsole zugreifen und könnt die Spiele zocken, als wärt ihr zu Hause. Natürlich auf einem kleineren Bildschirm, also sozusagen xCloud für daheim oder für die Konsole eben. Das eigentliche Highlight aber, trotz der riesen Übernahme und der Vorbestellung der neuen Konsole, war für mich tatsächlich der neue Xbox-Store, den Microsoft diese Woche offiziell in den Start gestellt hat. Weil, ja, es ist so unglaublich. Man sollte meinen oder konnte in der Vergangenheit den Eindruck bekommen, dass die Entwicklung eines Stores, der funktioniert, der gut aussieht und der performant ist, für Microsoft so eine Art Raketenwissenschaft ist und ein Ding, das sie unmöglich können. Aber siehe da, das Xbox-Team hat es wieder einmal geschafft, muss man ja echt sagen, weil die sind ja so ein bisschen so das Paradebeispiel dafür, dass man durchaus Dinge zum Funktionieren bringen kann. Das hat Phil Spencer mit seinem Team in den letzten Jahren immer wieder bewiesen und man kann manchmal fast nicht glauben, dass das dieselbe Firma ist. Wenn man zum Beispiel anschaut, wie sich Microsoft mit dem Store für Windows 10 schwer tut und, ja, dass der nach wie vor so seine Macken hat. Und dann kommt das Xbox-Team und baut tatsächlich einen Store, den man gerne benutzt. Ich kann nur hoffen, dass, ja, entweder die anderen Kollegen von Microsoft jetzt zum Abgucken vorbeikommen oder dass dieser Store vielleicht tatsächlich vom technischen Unterbau auch geeignet ist, um dann eben auch unter Windows 10 Einzug zu halten. Wäre echt eine schöne Sache. Dann kommen wir zum zweiten Thema, eine Kleinigkeit eigentlich eher, das betrifft Skype. Skype ist ja auch so ein Musterbeispiel dafür, wie Microsoft aufgestellt war, um große Erfolge zu feiern. Man darf sich zurückerinnern, als Microsoft, ich glaube 2011 oder 2012, Skype gekauft hat für damals 8,5 Milliarden Dollar. Da waren Dienste wie beispielsweise WhatsApp oder so noch längst nicht so groß, wie sie es heute sind. Das heißt, ja, sie wären eigentlich in der Position gewesen, Skype zum quasi Standard zu machen. Es gab ja sogar ein Verb, skypen, gibt es immer noch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, hat nicht funktioniert. Sie sind heute mit Skype eher so in der Hinterbänklerrolle. Es gibt Leute, die es noch benutzen, aber die Zahlen sind da deutlich gesunken in den letzten Jahren, was man auch daran erkennt, dass Microsoft gar keine Zahlen mehr nennt. Jetzt haben sie sich was Neues einfallen lassen, und zwar eine Funktion mit dem Namen MeetNow. Die hat man sogar im Browser schon gesehen, und sie wird künftig in Windows 10 enthalten sein. Aktuell wird es mit den Insidern gerade getestet. Es gibt dann ein kleines Icon unten rechts in der Infoleiste mit so einem Kamerasymbol oder so einem Meeting-Symbol. Und wenn man da draufklickt, kann man ganz einfach ein Meeting starten oder einem bestehenden Meeting beitreten. Wenn man Skype natürlich installiert hat und mit seinem Microsoft-Account angemeldet ist, dann klickt man da drauf und dann startet die App und so weiter. Dann ändert sich quasi gar nichts. Aber es wird eine neue Version davon geben, die dann auch ohne Account funktioniert. Und wenn ihr die Skype-App nicht auf dem Rechner habt, dann startet das dann quasi im Browser. Man sieht dann zwar schon, dass man Skype benutzt, aber es ist eigentlich eher so eine Funktion, wie man das einfacher machen möchte, sich mit anderen Leuten zusammenzuschalten. Und die werden dann quasi zu Skype-Nutzern, ohne das selbst in dem Moment zu merken oder aktiv zu wollen, wird mit der Technologie wenigstens noch ein bisschen was Sinnvolles angestellt. Ich vermute mal, wenn es dann soweit ist, wird man natürlich dieses Feature auch abschalten können. Können nicht jeder mag dieses Icon da unten in der Taskleiste sehen. Aber es ist ein interessanter Ansatz, den Microsoft erfährt. Und wer weiß, vielleicht wird es ja tatsächlich dazu führen, dass Skype wieder ein bisschen populärer wird. Dann hatten wir noch ein Großereignis in dieser Woche, nämlich die Microsoft Ignite. Normalerweise die größte Microsoft-Konferenz des Jahres mit über 25.000 Teilnehmern. Dank Corona auch in diesem Jahr nicht ausgefallen, aber eben nur in virtueller Form abgehalten. Was Microsoft aber nicht davon abgehalten hat, ein paar Neuigkeiten zu verkünden. Nämlich einmal, dass der Surface Hub 2S in der 85-Zoll-Version jetzt auf den Markt kommt. Für Deutschland wissen wir es noch nicht so hundertprozentig ganz genau, aber Anfang 2021 kommt also der große Surface Hub 2 dann auf den Markt. Und es wird sicherlich nicht allzu lange dauern, bis der auch in Deutschland verfügbar ist. Dann wurde angekündigt, dass es jetzt im Oktober losgehen soll mit Edge for Linux. Ja, ein Microsoft-Browser für Linux, Dinge, die vor zehn Jahren oder so noch völlig unvorstellbar waren oder bestenfalls in irgendeinem Comedy-Programm vorgekommen wären, wird jetzt Realität. Der neue Microsoft Edge startet im Oktober als Developer-Preview auch auf Linux. Dann gab es natürlich, möchte man fast sagen, selbstverständlich wieder jede Menge neue Features für Teams, die in dieser Woche auf der Ignite vorgestellt wurden. Zu viele, um sie jetzt an dieser Stelle alle aufzuzählen. Eine interessante Neuigkeit gab es aber noch zum Thema Office, nämlich es wird im nächsten Jahr eine neue Office-Version geben. Wie sie heißt, weiß man noch nicht genau. Wahrscheinlich wird sie Office 2022 heißen, wäre naheliegend. Und es wird wieder eine Standalone, also eine Einzelplatz-Lizenz davon geben. Das ist dann wahrscheinlich einfach wieder ein Snapshot von Office 365, was sich ja kontinuierlich in der Weiterentwicklung befindet. Und da wird man dann wieder einen gewissen Stand einfach nehmen und wird das als Office 2022 an die Leute verkaufen, die eben keine Cloud haben möchten. Ich persönlich war nicht überrascht, denn Microsoft hat mit Office 2019 schon angekündigt, dass auch die nächste Version wieder als Einzelplatz-Lizenz zur Verfügung stehen wird. Aber, ja, ich warte eigentlich wie viele andere auf den Tag, wo Microsoft sagt, okay, das war's, entweder Abo oder Tschüss. Es gab jetzt in Verbindung mit der Ankündigung der neuen Office-Version kein derartiges Bekenntnis, dass die nächste Version wieder einzeln kommt. Also wer weiß, vielleicht ist das jetzt tatsächlich die letzte, wäre aber pure Spekulation. Und, ja, es ist ja jetzt erstmal dann sowieso wieder für ein paar Jahre Ruhe, bevor man sich dann mit dem Gedanken eventuell befassen muss. Befassen werden wir uns in der kommenden Woche beim Wochenrückblick mit dem neuen Surface-Line-Up. So viel kann ich schon mal verraten. Nächste Woche wird da einiges vorgestellt. Ich kann auch sagen, dass so gut wie alles, was ihr bisher gerüchteweise darüber gehört habt, auch tatsächlich stimmt. Alles weitere werden wir dann in der kommenden Woche besprechen. Natürlich vorab schriftlich auf Dr. Windows wird es alle Neuigkeiten dazu geben. Und in der kommenden Woche werden wir dann auch hier an dieser Stelle über die neuen Geräte sprechen. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche. Ich sage einmal mehr Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bleibt mir gesund, bleibt fit und munter. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bye, bye.